Auch der geplante Abriss des Haus 3 des Foucault-Gymnasiums soll jetzt offenbar in Angriff genommen werden. In der Ausschreibung ist der Zeitraum Mitte November bis Anfang Februar für die Arbeiten angegeben. Die geschätzten Kosten laut Haushaltsplanung liegen bei 173.000 Euro, 90 Prozent davon werden durch Fördermittel finanziert. Ein entsprechender Bescheid ist jetzt eingetroffen. Das Schulgebäude steht seit 2012 leer.